mal testweise testen Dreh mit Kohleverschwendung Wieso Kohleverschwendung? Ne, nur so Na, du bist wieder da Ich brauch nur eben mal neue Fackeln So Ich weiß nicht, ob das funktioniert Na mal hier Hm, jetzt fahren die anderen nämlich näher aus Was? Aber im Prinzip ja, funktioniert's Ja, warte, jetzt wird's gleich helfen Ja, funktioniert doch Aber das Problem ist, dass die Was das Signal hier später ankommen müsste Aber ich glaub dann funktioniert's andersrum oder ne? Mal kurz ein Repeater bauen Ja, ja, bastel du nur hier bisschen an deinem Rottstein rum Wie? Ich kümmere mich mal um die Öko-Sachen hier Ach, die Öko, was? Pff, ja die Bäume. Äh, die Bäume. Baums in die Busche, Busche in Baums. Mhm. So, wie war denn das? Ich weiß das grad. Nee, das ist was anders. So und... So? Nee. Wie ging denn der? Weißt du das? Nee, repeater.com Ach nee, das war ein Redstone Fackel dort an der Seite. Oh, dann in der Mitte? Wie ging denn der Mist? Oder was? Darf ich mal nachgucken? Ja. Schau ich mal eben... Wie war denn das? Da war das Cobblestone. Ähm... Und zwar... Unten dreimal Cleanstone? Cleanstone? Ja. Hm? Dann zwei Redfackeln darüber jeweils links und rechts und in der Mitte Redstone. Hm, ja. Da kann man ja. Da müsste er dir dann entgegen lächeln. Hm. Hm, jetzt geht das mal her. Also bauen wir ein Ein- und Ausschalter. Oh. Und Rückzoom ist es dahin. Ja, so, das geht ja eigentlich gerade. Oder? Ja. Äh, wir machen es einfach anders. Dann funktioniert das Prinzip erst nicht. Dann funktioniert das Prinzip erst nicht. So, jetzt müsste das... Könnte hier aus... So, die müssen wir natürlich irgendwie noch verbinden, äh... Mit, äh... Redstone. Nicht-Licht. Ja, natürlich. Kannst ja direkt mal schlafen gehen? Ach, das ist schon passiert. Aber jetzt ist es hier relativ... Äh... Dünkel. Oben ist natürlich dann noch Glas rein, aber wir haben noch ein Glas. Und zum Hellmachen müsste man dann... Das so aussehen. Gut, wenn das eh dunkel war ja noch Glasfett. Huch. Hat's die ja alle irgendwie verschoben, oder was ist hier los? Die haben gar nicht mitgemacht, doch so. Oh, hatten sie keine Lust. Oh, ja. Und das kann man ja dann sogar noch trennen jeweils. Dass man bloß eh eine Seite aufmachen kann, oder jede Seite. Hm, das wär... wär eigentlich ganz cool. Mich schiebt's da eigentlich ne mit weg, oder? Wenn ich jetzt hier auf Glas stehe... Ja. Gut. Wäre ja relativ easy. Okay. Glas haben wir noch ne? Was haben wir? Was haben wir? Glas? Haben wir noch ne wieder? Oder Sand? Nee, hab ich mir noch keinen Schirr oben gesehen. Okay. Keinen Sandschirr oben? No Sand in this car. Hm. Wo bist du grad noch? Ach, da. Ich bin hier grad noch im Löcherputtel. Was gibt's da dann? Äh, ne Brücke. Ah, ne Brücke. Wollte ich aber, ob die Schöne machen, erstmal die praktisch dann auch aus Glas baut. Hä? Das wär cool, ja. Brauchen wir mal... Wie macht man denn ein Schild? Äh, Schild, 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 Schild. Wo haben wir denn das... Der ist das Holz. So. So. Schild. Machen wir jetzt zwar drei Schilder, aber das ist ja erstmal egal. Ach, wajolisch. Machen wir denn? Machen wir denn? Achso, dann muss ich jetzt... Mal schnell was ablegen, damit ich die aufnehmen kann. Am besten machen wir das da hin. Machen wir mal hier ein Schild dran. Pass auf. Sand. Zu Glas. Und was brauchen wir noch? Liedenston. Mh... Heiztoner, Schild. Passt natürlich näher hin. Und Brücke. Kommst du mal her? Wohin? Na, zu mir. Ah. Wie? Wie kommen deine Männer hoch? So, was haben wir denn hier? Ja, das sind unsere... Aufgaben für die nächste Aufnahme. Ah. Brücke. Sandring. Glas. Clean Zone. Und Red Zone. Try to. Hm. Denn ich würde nämlich sagen, wir machen jetzt mal... ne... kleine Pause. Wirklich nur ne kleine, keine halbe... die... halbes Jahr. Nicht wieder. Ah, da hinten sind die übrigens mit Bäume gewachsen. Sehe ich grad. Ohne... Dings. Dann müssen wir hier gleich noch einschreiben... Bäume... Fallen. So. Bist du da? Ah. Mein Block, das äh... der Aufnahme ist natürlich der Redstone-Block. Ja, und ich äh... was haben wir denn hier? Guck mal, den hab ich gefunden. Das ist der einzige, den wir... den wir momentan haben. Cool. Der gute Kies-Block. Kies-Block. Oh. So. Dann würde ich sagen, du mit deinem tollen... Glitzer-Helm da... Ja, ich bin hier äh... der Glitzermann. Und deinem... Ich glitzer sie alle an hier. Was hast du da zwischen die Beine? Ich... Ich... Ich weiß das ja wie du. Warte, das äh... Das muss ich mir mal ganz genau angucken. Hey. Na, was ist das denn? Weiß nicht. Ich stell mich mal so rum hin. Sehr gut, äh... Das war's dann mit... mit Gay... äh... Gay-LP. Hm. Warte mal. Ah, jetzt setzt du dich wieder andersrum hin. Guck doch mal in die Kamera. Wo willst denn du hin? Ich stell dich mal neben mich in dieselbe Richtung guckend. So. Naja, warte. Bleib so. So. Na, jetzt sieht man das alles. Du musst so rumdrehen. Ja. So passt's. Sehr gut. Dann würde ich sagen... Hab ich irgendwo einen freien Slot? Ich hab keinen freien. Muss man ihn freimachen. Kann keinen freimachen. Muss ich irgendwas wegschmeilen? Der mich nen Hebel. So. Liegt der genau im Bild, aber egal. Ich wollte winken. Und tschüss. Ach, ich muss es natürlich noch freimachen. Du kannst natürlich jetzt noch nicht winken. Jetzt. Okay. Dann, äh... Auf Wiedersehen. Bis zur nächsten Folge. Und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.